Viele erschrecken sich ja von diesem Begriff Altenpflege und man hat dieses falsche Image, aber das ist nicht so, wie man es denkt. Man hat wirklich Spaß. Es ist jeden Tag was Neues. Man lernt auch was von den älteren Leuten, natürlich sie auch umgekehrt von uns. Man weint, man lacht. Es ist wirklich das richtige Leben, wie man sich das Leben vorstellen kann. Das Leitbild von Mission Leben ist ja, die alten Leute so weit es geht zu unterstützen in ihren Ressourcen, dass man ihnen einfach die Selbstständigkeit so lange wie möglich erhält. Ja, man sollte auf jeden Fall gerne mit Menschen zusammenarbeiten, man sollte auch gerne im Team zusammenarbeiten, medizinisch interessiert sein. Ja, man lernt auf jeden Fall Verantwortung zu tragen, auch irgendwie sich durchzusetzen. Also man lernt schon fürs Leben auch. Also meine Aufgabe ist ja als Fachkraft, dass ich dann den Tag quasi strukturiere, dass die Medikamenten zum Beispiel rechtzeitig gegeben werden. Besonders ist das, wenn ich jetzt in der Schule zum Beispiel das Krankheitsbild Parkinson lerne, dass wenn ich dann nach dem Unterrichtsblock hierher komme, dass mir dann wirklich fünf Bewohner rausgesucht werden mit dem Krankheitsbild und dass ich mich dann darauf konzentrieren kann, wirklich das umzusetzen, was ich gerade gelernt habe in dem Schulblock. Hier sieht man wirklich, dass man was Sinnvolles macht und der Mensch gibt einem auch viel zurück. Also man kriegt viele liebe Worte von den alten Menschen, also man wird schon geschätzt für die Arbeit. Ich habe ja diese Weiterbildung gemacht zur Pflegedienstleitung und nachdem ich meine Berufserfahrung gesammelt habe, würde ich noch alles Pflegedienstleitung, würde ich auf jeden Fall arbeiten. Und dann wieder zur Heimleitung, wer weiß. Ich würde die Ausbildung wieder machen, würde mich wieder dafür entscheiden. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich würde mich noch malen, würde ich noch malen. Aber dann habe ich mich noch malen. Ich würde mich noch malen, würde ich vielleicht sagen. Ich würde mich noch malen, würde ich mochen, den ganzen Tag noch einmalen, das Sie zu ihm machen und die ganzen Kirchen machen, würde ich mich auch noch malen. Weil es einen Kunde auch nur leisen und knackigaciones hat, wunderschön, den ganzen Tag und ich danke dir. Emannt. Und's? Danke.